Willkommen bei ProfiSchnupp.de Jetzt zeige ich Ihnen ein echtes Schnäppchen für alle Smart Chopper und zwar die Garnitur Glamour von Ewald Schilich in einer zweiteiligen Kombination Stoff 1560308 Schwarz Als diese Garnitur vor einigen Jahren von Ewald Schilich auf der Messe Köln vorgestellt wurde haben wir bei Willi Schilich gesagt Wow, warum ist uns das nicht eingefallen? Eine softe Matte auf einem festen Gestell mit festen Rückenkissen die man mit Reißverschluss loslösen kann hohe Bequemlichkeit, aber große Ordnung Glamour hat ihren Weg gemacht und war sehr erfolgreich Jetzt haben wir hier eine Garnitur, einen Kundenstorno das heißt der Kunde hat bestellt, aber nicht abgenommen mit sehr hoher Bequemlichkeit Hier, dieses Longchair hat zwei Vorteile und zwar ist es überbreit man kann also zu zweit drauf kuscheln und es ist soft Soft heißt bequem launchig, lümmelig richtig für zwei die sich mögen Dann haben wir hier ein sehr großes Zwei-Anbau-Sofa mit viel Platz für die ganze Familie Der Stoff fühlt sich sehr weich samtig an und ist trotzdem pflegeleicht Glamour ist ein absoluter Knaller von Ewald Schilich in einem tollen schwarzen Stoff der Anthrazit-Farben changiert hier leichte Struktur im Stoff mit viel Platz für die ganze Familie wenn das alles für Sie wichtig ist und Sie einen Schnäppchenpreis haben wollen ist Glamour vielleicht das Richtige für Sie oder? Ich glaube schon und tschüss Knöpfli ähm